Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cindy C Was bisher geschah Rinder! Rinder! Verdammt ihr Scheiße, Land! Komm, du Hund! Komm! Wer sich mit uns anlegt, der geht richtig in die Fresse! Ey, was ist das denn für ein Telefon? Dann gehen wir mal ins Fitnessstudio Steig ein! Ich fick euch, Land! Was so? Aaaaaah! Hau den Türken in die Fresse, Mann! Mann, du ehrlich! Füß, Land! Ja, leck, werd Mann, du Hund! Soll das Prison Break Intro Musik mit Beatbox gemacht sein? Ne, 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 ne Ich will jetzt wissen, wer das gesungen hat. Der Junge hat morgens gesungen, mittags gesungen, der hat uns nicht in Ruhe, der hat uns gefickt, nur am Nachts, wir wollen schlafen, der Ding auf einmal. Halt deine Schnauze, Mann, ja, bitte, ja, sei leise, ja, bitte, ja. Ich fand das Lied, was du gemacht hast, cringe. Komm, ich zeig dir, guck mal, das geht so. Sag mal zu. Kannst du nur den hier? Äh? Der meint, ernst? Film Arno in die Kommentare. Wollah, die sind krass. Eilt sie die Fresse, ne? Alter, das war so krass einfach alles. Dankeschön. Danke. Kennst du das nicht? Nein, nein. Lass mich hören, was du kannst. Das war Maschara Deluxe am Spieß, Bruder, Maschara am Spieß. Wer hat dir gesagt, dass du singen kannst? Tamam, ich hab verstanden. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Nikolaus Abend da. Bald ist Nikolaus Abend da. Aber das war krass. Ja. Das war krass. Pass mal auf jetzt. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. Yo, brother. You know where can I get a key? No. I know where you can get a LP. You don't know what time it is, man. No. You don't know what time it is. You're messing up your mind. I'm your mama. I'm your daddy. Guck dich mal an. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das kann ich doch jetzt nicht ernst machen. Janne meint das jetzt gerade ernst. Guck mal. I keep on falling in, in a love with you. Ich rauch sowieso nicht, Bruder. Oh, oh, der Beast Modus, Bruder, ist da, Digger. Der Shabab ist der Beast Modus Shabab. Ey, hast du schon mal auf die Fresse gekriegt? Wer sich mit uns anlegt, der geht richtig in die Fresse. Karsten Abi. Hure jetzt hier. Ich will nicht mehr hören. Karsten Stahlowitsch. Halt das Maul. Was ist denn mit Karsten los? Verdammter Scheiße. Wer hat dich jetzt geschrieben? Mann, du hast von Karsten geschlagen. Oh mein Gott. Ah. Ah. Ich will schnell raus. Ey, Bro. Wir kommen raus, mach dir keine Sorgen so, ne? Ich sag euch, wie die Sache läuft. Du musst ein Bild von deinen Eiern posten. Es ist doch logisch. Erzieht ihr das jetzt gerade durch, die Scheiße? Ihr kriegt Ausgangssperre. Haltet eure Augen auf. Lasst das Ding durchziehen. Ihr braucht Eier für diesen Job. Versteht ihr, was ich meine? Nein. Das ist nicht euer Ernst. Ich fick euch, Mann. Ich fick euch. Ich fick diesen ganzen Kanal jetzt. Habibi-Cousin. Nein. Verdammt ihr Scheiße, Mann. Das hält schon, Janne. Du musst aufpassen. Ich bin der Batman in dem Schissen. Wie du willst, Bruder? Ganz einfach. Ganz einfach. Also, es schwankt. Es schwankt. Es schwankt. Der wackelt. Es küsst dein Herz. Mach, mach. Ich bin mit dir. Was soll ich da machen, Alter? Springen oder springen nicht? Du musst das wissen. Mach ich nicht, Alter. Ob du überlebst oder nicht, liegt in deiner Hand. Was, Bruder? Ich glaube, kein Scheiß, Alter. Da rollen Köpfies. Sag's dir, Alter. Ganz einfach. Dann ist es Pech. Wenn du über die Grenze gehst, dann bist du selbst verantwortlich für das, was passiert dahinter. Das ist einfache Mathematik, Bruder. Scheiß auf alle Schwiegers weg. Steph! Steph! Respekt an diesem Jungen. Der hat da Eier. Man muss das sagen. Police! Freeze! Boosnitschkalbun, Alter. Digi. Mr. Kälbchen. Ich fahre ihn mit dem holen, ja. Boo. Snitch. Ja, nicht deren Pläne, was die hier machen. Wallah, ich... Komm nicht von mir. Ich hab mit dieser Scheiß nichts zu tun. Halt! Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Boo. Motherfucking. Snitch. Ich kacke in dein Gesicht, ihr Kälb. Ich kacke. Das ist UFC. Wallah, ich hab nichts gesagt. Alarm! 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 Was das lan... Was machst du? Alarm! Alarm! Leck, was machst du? Manu ey! Geh von seinen Eiern runter, ja Team. Geh runter von seinen Eiern. Du Spasti, geh mal weg. Geh von meinen Eiern. Schon bin ich raus aus dem Knack, Habibi. Habib Kalbi, Wallah. Ja, Bruder, die Freiheit schmeckt immer, Bruder. Ich fick euch, Lann. Ich darf meinen Bruder fahrräglich enttäuschen. Du wolltest noch einen Puff? Oh, Bruder, ich bin dabei. Mein Flick, der Manniak, ich bin so euer Onkel. Du verdammter Scheiße. Geh mal dein Auto. Schnallt euch an. Aua. Fahr, du Wichser, oder ich knall dich ab. Halt die Fresse. La Qua, erhofft zu sprechen, Jamaniak. Haltet Maul. Fahrt auf dem Bürgersteigland, ihr Schwanzlutscher. Ich hab die Schnauze voll. Scheiße, komm, 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 fahr rein. Rettet ihr den Scheißalmer. Sag mal zu, was ist mit dir, du spaßt. Bruder, wer was gegen mich sagt, Bruder, ich schau auf meine Mutter. In Deutschland stehen 5000 Kurden auf. Ja. Sag was gegen mich, 5000 Kurden stehen auf. Oh. Ey. Ich will ganz schön weiterreden. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ich schwöre auf alles, ich kenn diesen Beat. Arminarium, das ist mein Beat. Jalla, Überfall machen mit diesem Auto. Ja, aber ist Prison Break jetzt real? Ich schwöre auf alles, ich schaue auf alles, ich schaue auf alles, ich schaue auf alles.